Mein Thema ist dieses Mal Mixing mit Kopfhörern und hier ist mein Inhaltsverzeichnis. Als erstes möchte ich gleich was dazu sagen, was bedeutet Mixing überhaupt? Was machen wir da genau und warum machen wir das? Und auch was ist nicht Mixing? Also was ist unser Hauptziel in diesem Vorgang? Wir setzen uns jetzt hin, mischen den Song drei, vier Stunden lang. Was wollen wir erreichen und wie gehen wir dabei vor? Ich will es jetzt auch nicht unendlich ausführlich machen, aber das finde ich schon eine gute Grundlage, bevor wir dann drüber sprechen, wie funktioniert Mixing? Was sind Referenzen überhaupt? Weil ein Kopfhörer ist ja am Ende eine von mehreren Möglichkeiten, was Referenzen sein können. Dann Vor- und Nachteile von Kopfhörern. Was ist gut am Mischen mit Kopfhörern? Warum wäre es schön, das zu können? Und was ist schwierig dabei oder was sind Nachteile? Ein paar praktische Erfahrungen von mir. Ich habe das jetzt nicht jahrelang ausprobiert, aber habe mich in den letzten Wochen mal ein bisschen zumindest damit befasst und wir haben dann auch noch eine interessante E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der das schon selber sehr lange und sehr intensiv macht. Da möchte ich euch dann auch ein paar Stellen daraus vorlesen. Wie sucht man den richtigen Kopfhörer raus? Ich habe es ja gerade live hinter mir, habt es gerade vielleicht im Bildschirm gesehen, auf dem Foto. Ich habe auch nochmal einen neuen Kopfhörer bekommen, extra für diesen Stream. Mit dem habe ich jetzt die letzten zwei Wochen verbracht. Neues Modell von Bayer Dynamik, DT 900 Pro X. Und ja, das war für mich mal wieder die Erfahrung. Es ist dasselbe wie mit neuen Lautsprechern. Wie lernt man was Neues kennen zum Mischen? Wie erkennt man überhaupt, ob man damit mischen kann? Das ist jedes Mal spannend, weil gut klingen heißt nicht, dass man damit mischen kann. Dann, was gibt es für Tools, die uns ein bisschen helfen können? Analyzer, Crossfeed Plugins, damit es nicht so komplett getrennt ist zwischen links und rechts, sondern ein bisschen mehr wie Lautsprecher, die ja in der Luft sich vermischen auch, wo dann unser linkes Ohr auch was vom rechten Lautsprecher kriegt, damit das Ganze eher wie in echt wirkt oder wie mit Lautsprechern. Raumsimulationen gibt es ja auch, dass wirklich große Mixing Studios simuliert werden können durch ein Plugin, sodass die sagen, okay, du stellst jetzt ein, welchen Kopfhörer du hast und das Plugin macht den Rest. Das macht Crossfeed und simuliert ein geiles Mixing Studio. Und die Theorie ist, dass wir dann da fast so mischen können wie in diesem Studio. Ob es klappt, muss man rausfinden. Da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Aber ich habe zumindest ein Tool mal kurz ausprobiert, das ich euch dann zeigen kann von Acoustica. Das habe ich. Ja, und am Ende ein kleines Fazit. Das ist die Reihenfolge und fangen wir vorne an. Was ist Mixing? Unser Job, wenn wir was mischen, ist ganz klar, die Musik zu unterstützen. Und ich sage das absichtlich, es hat nichts mit Technik zu tun erstmal, von der Denkweise her. Klar brauchen wir die Technik dazu, aber das ist nur Handwerkszeug. Und gerade wir und gerade auf so einem Kanal, wo es um das Handwerkszeug geht, die ganze Zeit vergisst man das ganz schnell. Und dann geht ihr auf andere Kanäle und werdet ihr nur mit Werbung vollgeknallt von Herstellern von irgendwelchen Handwerkszeugen. Handwerkszeugen, klar, dann wirkt das Ganze noch massiver. Immer daran denken, es geht darum, die Musik zu unterstützen und die Aussage von dem Track zu unterstützen. Das, was der Song mit den Menschen machen soll. Das wollen wir durchs Mixing so gut wie möglich machen. Wir helfen einfach den Künstlern, das, was die eh schon kommunizieren mit ihrer Musik, das noch zu verbessern, so gut es geht. Oder zumindest nicht zu verschlechtern. Das ist unsere Aufgabe beim Mischen. Nur den Song zu unterstützen. Nur die musikalische Botschaft zu unterstützen. Und dann sieht richtig und falsch ganz oft anders aus wie in Tontechnik-Tutorials. Weil am Ende geht es nicht darum, ob wir irgendwas richtig oder falsch einstellen und ob die Knöpfchen an der richtigen Stelle sind und ob wir 10 dB Gain Reduction haben oder was. Das ist schon für uns Nerds interessant, aber das ist halt was hinter den Kulissen. Und wir können da wochenlang drüber reden, das weiß ich schon auch. Aber trotzdem immer den Fokus behalten, warum wir eigentlich mischen. Das heißt, wir müssen uns auf Hauptelemente konzentrieren von dem Song. Wir müssen erstmal rausfinden, was ist eigentlich der Song? Was ist die Essenz von dem Song? Es gibt so vier, fünf Hauptelemente ja immer. Vocals meistens. In jetzt Hip-Hop-Musik wäre es eine Kickdrum, eine Snaredrum, ein Basssound. Vocals und vielleicht noch ein Main Sample. Das wäre es. Und mit den Spuren fange ich an zu mischen. Und mit den Spuren verbringe ich die meiste Zeit beim Mischen. Und dann gibt es ja auch eine Dramaturgie in Musik. Es gibt einen Aufbau in Musik. Es macht ja niemand drei Minuten lang dieselbe Intensität in einem Song. Und selbst bei uns, wo ganz viel Copy-Paste drin ist in den Arrangements, selbst da gibt es das nicht. Da gibt es ein Intro, da gibt es einen Aufbau, da gibt es einen Break zu Huck oder vor der zweiten Huck gibt es einen Break. Es gibt so ein Auf und Ab. Und das brauchen wir ganz dringend. Musik lebt ja von diesen Kontrasten und von dem Aufbau. Und niemand, selbst wenn das noch so geil ist, die acht Takte, die wir gebaut haben, niemand will das drei Minuten lang anhören am Stück. Wir brauchen alle diese Abwechslung in Musik. Und so eine Dramaturgie, wie bei einem guten Buch, wie bei einem guten Theaterstück. Sowas passiert in Musik auch. Und das können wir unterstützen auch im Mixdown. Ja, mit Automation, mit Effekten, was auch immer uns da zur Verfügung steht. Und wir wollen, dass die Elemente besser klingen. Wir wollen einfach den Sound verschönern, dass die Stimme vielleicht schöner klingt, besser zu verstehen ist, dass die wichtigen Elemente noch schöner klingen. Auch, dass sie den aktuellen Klanggewohnheiten von dieser Musikrichtung entsprechen. Das wollen wir zumindest meistens. Das müssen wir mit den Künstlern klären. Gerade viele Songs klingen wieder komplett nach 80er gerade. So 80s Sound ist das jetzt gewünscht. Aber trotzdem kann man ja so einen modernen Touch reinmachen. Wir würden wahrscheinlich nicht mehr das Low End so nutzen wollen, wie in den 80ern zum Beispiel. Dass wir einfach alles von unter 80 Hertz komplett ignorieren, mehr oder weniger. Das wäre heutzutage schade. Wo wir den Frequenzbereich ja viel besser im Griff haben als damals. Oder auch das High End. Wenn ihr euch Vocals anhört aus den 80ern und vergleicht die mit heute. Wie viel besser auch die Höhen auf dem Punkt sind. Und wie klarer das klingt und moderner. Und die Leute gewöhnen sich dran. Also auch das sehe ich als eine Aufgabe im Mixdown. Zumindest wenn die Künstler sich das so wünschen, dass man auch in der Lage ist, den aktuellen Sound zu machen. Wenn es für den Song passt. Ja und was ist nicht mischen? Also mischen ist auf jeden Fall nicht auf jeder Spur zehn Plugins drauf zu haben. Und in fast allen Sessions, die ihr mir schickt und die ich mir so angucke dann von euch und die noch nicht so gut klingen, sind da viel zu viele Plugins drauf. Und viel zu wenig wurde zugehört am Anfang. Oder auch mal die Finger von was weggelassen. Das ist auch eine ganz wichtige Botschaft beim Mischen. Und das hatten wir gestern erst wieder. Das Thema, falls der Didi zuguckt, der mir auch eine Session geschickt hat, der mir komplett zugestimmt hat, dass man halt auch manchmal zu viel macht. Und dass man dann vielleicht nochmal von vorne anfängt. Und erstmal, wir haben uns dann so drauf geeinigt, bevor man ein Plugin auf eine Spur macht, sollte man wissen, warum mache ich das jetzt? Weil wir ganz schnell in diesem Template-Modus drin sind. So, die Spur kriegt dann EQ, die Spur kriegt dann Kompressor, dann Saturator, dann nochmal ein EQ, dann das, das, das. Alle so Plugins, die teuer waren und die ich sehe, dass andere oft verwenden. Ziehe ich mal drauf. Und dann machen wir, sind wir uns nicht ganz sicher, ob es jetzt eine Verbesserung war, also machen wir ein bisschen davon. Und dann klingt es aber immer noch nicht geil. Nächstes Plugin. Okay, jetzt brauche ich mehr Höhen. Und am Ende haben wir zehn Plugins, komplett die Kontrolle verloren und das klingt unecht einfach. Klingt total unecht. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber die Botschaft ist so wichtig, die gebe ich gerne immer mal wieder. Was braucht man zu mischen? Man braucht eine Abhörsituation. Man braucht also entweder Lautsprecher in einem Raum oder man braucht Kopfhörer. Das sind, glaube ich, die zwei großen Möglichkeiten. Interessanterweise, und jetzt kommen wir zu Referenzen, Interessanterweise kann man sich nicht einfach irgendwo in ein Top-Studio reinsetzen, selbst in das Beste der Welt nicht und da anfangen zu mischen. Würde überhaupt nicht funktionieren. Weil ich habe keine Ahnung, wie es da klingt. Und selbst wenn die dieselben Lautsprecher haben, selbst wenn der gleiche Akustiker das gebaut hat, klingt einfach jeder Raum völlig anders. Das wird immer so sein. Und damit müssen wir umgehen. Also man kann nicht in einen Raum sich reinsetzen und mischen. Und man kann das auch nicht nach einem Tag. Man kann das auch nicht nach einer Woche. Als ich mal einen neuen Lautsprecher hatte im gleichen Raum, ich würde sagen, so nach ein bis zwei Monaten, waren so langsam Mixe dabei, wo ich sagen konnte, die kann man sich trauen rauszuschicken. Ohne dass man sie vorher nochmal mit den alten Monitoren nachmischt oder zumindest vergleicht 20 Mal mit allen möglichen Sachen, die man hat. So ein schlechtes Gefühl auch. Sound auch nicht so richtig geil. Sondern man mischt erstmal, und das ist sehr unbefriedigend, wenn man was Neues hat. Man mischt erstmal mit den alten, schlechteren Boxen ein, zwei Monate lang noch besser. Und das liegt daran, dass es Referenzen gibt. Was ist eine Referenz? Eine Referenz ist etwas, das ich sehr gut kenne. Meine Abhörsituation kann eine Referenz sein. Für mich ist hier dieser Platz, an dem ich sitze, ist eine Referenz. Wenn ich hier was anhöre, was ich noch nicht kenne, kann ich was dazu sagen, weil ich den Abhörplatz kenne. Wenn ihr mir einen Mix zuschickt und ich höre den hier an diesem Platz, dann kann ich sagen, der hat zu wenig Low End, der hat zu viel 3 Kilohertz. Das könnte ich in jedem anderen Studio dieser Welt nicht. Und selbst wenn das 10 Mal so teuer war wie meins. Weil es keine Referenz darstellt für mich. Das sind diese ein bis zwei Monate. Oder wie lange auch immer das dauert. Wo man sehr viel Musik hört an dem Platz. Und irgendwann wird das eine Referenz. So, also. Ein Tonstudio, ein Mixingplatz kann eine Referenz sein. Ein Kopfhörer kann eine Referenz sein. Und diejenigen von euch, die schon ganz lange zugucken, erinnern sich vielleicht noch an dieses schreckliche Ding. Mein alter Kopfhörer, mit dem ich seit über 10 Jahren Musik höre. Jeden Tag fast, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich laufen gehe, höre ich mit diesen Kopfhörern. Ich habe die bestimmt bis 20 Mal wahrscheinlich schon nachgekauft. 40 Euro Dinger. Uralt. Richtiger Scheiß-Sound. Aber ich kenne die so gut, dass die meine beste Referenz waren. Das war 10 Jahre lang meine Kopfhörer-Referenz. Bis ich dann diesen 880er bekommen habe, den wir nachher auch noch haben werden. Der hat das vor einem Jahr ungefähr ersetzt. Aber das war meine Referenz. Das muss nicht teuer sein. Viel wichtiger als teuer ist, dass man das kennt. Und dann funktioniert ein Kopfhörer als Referenz genauso, wie ein Mixingraum funktionieren kann. Dann kann ich mit diesem Kopfhörer Audio-Material beurteilen. So, interessanterweise kann auch Audio-Material eine Referenz sein. Auch ein Song kann eine Referenz sein. Und das nutze ich ganz häufig, wenn ich auf Tour bin, live. Wenn ich Beschallung mache, wenn ich am Mischpult bin und für den Live-Sound verantwortlich. Dann kommt man nachmittags in die Halle rein. Und das Erste, was man macht, ist, die Anlage sich anzuhören. Wie ist die im Bassbereich? Wie reagiert die Halle auf die Anlage? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es stehende Wellen? Viel zu viel Bass, viel zu wenig Bass. Man läuft dann auch ein bisschen rum in der Halle. Ändert sich mit Publikum danach eh nochmal. Also man muss da ein bisschen prognostizieren, wie die Höhen hauptsächlich sich ändern werden, wenn Publikum da ist. Aber gerade im Bassbereich versucht man dann auch Probleme zu lösen und die Anlage so einzustellen, wie man das selber mag, damit man danach einen geilen Soundcheck und dann einen geilen Sound machen kann. Das geht nur mit einem Referenzsong. Wenn ich jetzt irgendwelche Musik abspiele, die ich zum ersten Mal höre, kann ich nichts zur Anlage und dem Raum sagen. In dem Fall ist der Song meine Referenz. Und da habe ich auch seit 30 Jahren den selben Song, na 30 jetzt nicht ganz, so alt bin ich auch noch nicht, aber seit 20 Jahren habe ich den selben Song, mit dem ich P.A.'s Live einmische. Ich habe ja letzte Woche schon den Link zu meiner Playlist gegeben mit Referenzsongs. Und da war es der allererste, der von Elena Miles, dann einer von Rage Against the Machine und seit ein paar Jahren jetzt das Partition von Beyoncé. Ich kann euch den Link nochmal geben, weil bestimmt wieder ein paar Leute zuschauen, die letzte Woche nicht da waren. Das hier ist der Link zu meiner Playlist mit möglichen Referenzsongs. Ja, und alle anderen Songs, die da drauf sind, die ersten vier verwende ich wirklich und alle anderen, die drauf sind, waren Vorschläge von anderen Engineers, die ich ernst nehme, die das als Referenzsong nehmen und die habe ich einfach mal in eine Playlist zusammengepackt. Also die ersten vier verwende ich selbst wirklich. Ab Nummer fünf sind das dann welche, die ich von anderen abgeguckt habe und ja, einfach verschiedene Musikrichtungen auch. Könnt ihr mal reingucken. Aber das wird erst dann eine Referenz für euch, wenn ihr den Tod gehört habt. Das wird jetzt nicht auf Anhieb euch irgendwas nützen, sondern diese Songs, da muss man so in- und auswendig kennen. Weil die Situation ist ja die, ihr kommt in ein Tonstudio, wo ihr zum ersten Mal drin seid. Ich lege meinen Elena Miles Song ein und kann direkt was zum Sound sagen und zur Abhörsituation. Kann direkt sagen, okay, da ist 200 Hertz, ein bisschen überbetont, Tiefenstaffelung, Impulstreue, ist alles geil und ein bisschen zu wenig Höhen zum Beispiel. Und wenn ich live in der Halle stehe und die PA einstelle, selber Song, den ich in- und auswendig kenne, kann ich direkt sagen, okay, da ist in den Mitten ein bisschen was nicht in Ordnung, aber der Rest passt mir. Und dann gehe ich an den EQ ran von der PA, stelle in den Mitten was ein, bis es mir gefällt. Und deshalb ist es gut, auch so zwei, drei verschiedene Referenzsongs zu haben, weil den Beyoncé Song zum Beispiel verwende ich für den Bassbereich und den Elena Miles Song für alles andere und den Rage Against the Machine Song zum Beispiel für die Mitten und einfach für so, weil ich den am besten kenne, wahrscheinlich so für Gewohnheit. Fühlt sich's einfach, fühlt sich der Song jetzt gerade gut an? Das ist ja auch schon eine wichtige Aussage. Fühlt sich der Song richtig an? Kommt der gut rüber? Hat der Power? Hat der Energie? So nutzt man Referenzen. Und ihr müsst immer eins kennen von beidem, wenn wir jetzt Mixing machen wollen. Wir müssen entweder das Audiomaterial kennen, den Song, den Mix, den wir abspielen, oder wir müssen die Abhörsituation kennen. Dann können wir das andere beurteilen. So arbeitet man mit Referenzen. Eine davon kennt man, um zu anderen was zu sagen. Wenn man beide nicht kennt, wenn ihr einen Mix machen wollt von einem Song und ihr habt Spuren bekommen und ihr kennt das Studio nicht, könnt ihr keinen Mix machen. Wird nicht funktionieren. Eins von beidem muss man kennen. Und das Schöne ist ja, man kann auch Songs mit Songs vergleichen. Das können wir ja in den DAWs machen. Und ganz viele Plugins haben auch die Möglichkeit, Songs reinzuladen. Da werden wir uns heute am Ende noch mal eins angucken. Das Analyzer-Plugin, das ich euch dann zeigen möchte am Ende. Das kann auch Referenz-Tracks reinladen. Und dann, das kann man ja aber auch mit den Ohren machen, dass man auch Songs miteinander vergleicht. Aber einen müsst ihr halt wieder kennen. Das heißt, ihr hättet einen Referenz-Song in derselben Musikrichtung, was ihr gerade mischt und so gegen Ende von eurem Mix vergleicht ihr das mal mit eurem eigenen Mix. Funktioniert genauso wie immer. Funktioniert nur, wenn ihr den Referenz-Song sehr gut kennt vom Sound her. So ist das. Das sind Referenzen. Und so nutzt man das. Und das ist ungeheuer wichtig. Und das fehlt halt ganz oft. Bei Einsteigern ist das ganz häufig das Problem. Da erzählen dann Leute wie ich immer, ja, dann nutzt doch mal Referenzen. Dann vergleichst du auch mal mit einem anderen Song. Oder ja, dann hat man halt keinen Referenz-Song. Oder ihr habt keinen Referenz-Kopfhörer auch. Man muss sehr, sehr viele Stunden verbringen mit einem Kopfhörer, bis der ein Referenz-Kopfhörer wird. Was sind jetzt Vor- und Nachteile vom Mischen mit Kopfhörern? Vorteile auf jeden Fall der Preis. Weil Lautsprecher ohne Raumakustik nützt ja auch nicht viel. Man braucht da schon ein bisschen Cash, um beides zu haben. Und wenn ihr ein Budget habt, sage ich ja immer, mindestens die Hälfte vom Geld muss in die Raumakustik gehen. Und lieber ein Drittel in die Lautsprecher, zwei Drittel in die Raumakustik. Ist nicht populär, weiß ich auch. Man will das, was man ständig vor sich stehen hat, Lautsprecher, was auch cool aussieht, will man eigentlich lieber mehr Geld ausgeben, als jetzt für irgendwelche langweiligen Absorber, die in der Ecke hängen. Aber ist nicht clever. Sondern da schon gleich viel Geld ausgeben oder im Zweifelsfall mehr für die Raumakustik. Und ja, Kopfhörer kriegt man halt für 200 Euro schon. 200, 300 Euro kriegt man guten Mixing-Kopfhörer. Also ich kann euch am Ende sagen, was ich empfehlen würde, aber das solltet ihr auch euch eine eigene Meinung bilden. Wie immer mit Equipment. Anderer Vorteil sind vielleicht die Nachbarn für viele von uns. Wenn ihr auch nachts mischen wollt oder wenn ihr laut mischen wollt, dann ist es natürlich geil, wenn man das mit Kopfhörern kann. Man kann überall mischen. Das wäre halt für mich der Traum. Ihr könnt mischen, wo ihr wollt. Man kann irgendwo so dieses Traumbild, was man ja dann eh nie macht. Man hängt irgendwo im Pool rum, schön Cocktail, Ladies auf der anderen Seite und dann macht man hier seinen Job. Aufs Mischen könnte ich mich natürlich nicht mehr konzentrieren. Mit Alkohol eh nicht. Da gehen die Höhen gleich weg. Klingt eh total anders. Das ist vielleicht was fürs Produzieren eher. Mischen brauche ich eh meine Ruhe. Also ich würde es wahrscheinlich gar nicht machen woanders. Wenn ich jetzt irgendwo im Hotelzimmer sitze, weiß ich gar nicht, ob ich im richtigen Mindset wäre. Aber da seid ihr, die meisten, die zugucken, sind ja jünger als ich, wahrscheinlich auch flexibler. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das richtig geil wäre, wenn man unterwegs überall mischen kann und auch den Job machen kann. Ich finde es auch selber immer ein bisschen doof, wenn ich dann mal eine Woche weg bin und dann müssen halt die Leute eine Woche länger warten. Ich fühle mich immer so ein kleines bisschen schlecht dann. Man hat die Referenz immer dabei, auch das kann Gold wert sein. Stellt euch vor, ihr seid Produzent und arbeitet in verschiedenen Städten mit verschiedenen Leuten, auch mal in anderen Studios und sollt dann vielleicht mal was zum Mix sagen oder man will einen Master absegnen oder irgendwas oder will vergleichen einfach auch. Und ihr könnt nie richtig was sagen zum Sound, weil ihr nicht zu Hause sitzt an eurem Platz. Mit Kopfhörern hat man die Referenz immer dabei. Kann auch viel wert sein. Dann habe ich noch als Vorteil, man hört kleine Details, ein bisschen einfacher. Gerade wenn man auch nicht die besten Lautsprecher hat, sowas wie Klicks, Verzerrungen, Störgeräusche, auch so ganz kurze Probleme, die nur so kurz auftreten. Kann sein, insbesondere wenn die Kopfhörer die Höhen stark betonen, was ja die Bayer Dynamics zum Beispiel ganz gerne machen, dass man dann die Probleme ein bisschen einfacher hört. Insgesamt bin ich kein Fan von diesen überbetonten Höhen, aber in dem Fall würde ich sagen, kann das sogar mal ein Vorteil sein, ausnahmsweise. Also Störprobleme insgesamt hört man vielleicht leichter auf Kopfhörern, insbesondere wenn die Lautsprecher nicht so gut sind. Ja und dann kriegt man halt auch ohne Riesenboxen oder Dreiweg-Lautsprecher und Subwoofer und Raumakustik kann man halt trotzdem was zum Lowend sagen. Zu den tiefen Frequenzen, weil unterhalb 120 Hertz und das sind ganz wichtige Frequenzen, unterhalb 120 Hertz könnt ihr nicht wirklich was sagen in einem Raum ohne Raumakustik und mit Zweiweg-Lautsprechern. Und das ist nun mal das Setup, das viele von uns zu Hause haben und was ich auch übrigens jahrelang hatte. Als ich schon Geld verdient habe mit Musik, mehr als Produzent damals, weniger als Mixing-Ingenieur, aber durchaus gutes Geld verdient mit Musik, Zweiweg-Lautsprecher, keine Raumakustik. Und da werden jetzt viele von euch sagen, ja, habe ich auch. So, aber zum Lowend kann man nicht wirklich was sagen. Geht einfach nicht. Eine Frequenz überlagert sich und löscht sich aus, eine andere Frequenz überlagert sich und addiert sich an meiner Abhörposition. Bassbereich, kompletter Zufall. Und mit Kopfhörern dann halt nicht. Kopfhörer ist jetzt auch nicht die beste Lösung für Lowend-Mixing, aber viel besser als ein Raum ohne Raumakustik. Oder beides. Dann einfach mal hin und her vergleichen. Was sind jetzt die Nachteile von Kopfhörern? Warum finden das so viele wie ich auch schwierig mit Kopfhörern einen Mix zu machen? Wir haben diese strikte Trennung zwischen links und rechts. Das ist ein ganz anderes Stereoempfinden, auch generell ein ganz anderes Zuhören. Das klingt einfach anders. Das ist eine strikte Trennung zwischen links und rechts und wenn wir mit Lautsprechern hören, mischt sich das ja in der Luft und ein guter Teil vom rechten Lautsprecher geht in mein linkes Ohr rein. Bisschen später, kleines bisschen später, kleiner Zeitversatz, nicht viel, paar, weiß ich nicht, könnten wir jetzt mal ausrechnen. Vielleicht 20 Zentimeter. Wie lange braucht eine Schallwelle dahin? 340 Meter pro Sekunde. Schallgeschwindigkeit könnt ihr euch ausrechnen. Und auch ein bisschen anderer Sound, weil mein Kopf ist ja dazwischen. Also der ganze Kopf schirmt ja auch ein bisschen ab den Schall. Dann gibt es andere Reflektionen, dann ist die Nase im Weg, dann ist die Ohrmuschel, wird aus einem anderen Winkel. Also es klingt auch ein bisschen anders. Aber es ist schon eine Tatsache, dass wir links und rechts stark gemischt kriegen und das gewohnt sind, weil es in der Natur jeden Tag in unserem ganzen Leben genauso passiert. Deshalb liegt es ja auch nahe, dass wir mit Lautsprechern Musik hören und Kopfhörer sind ja auch auch ein bisschen eine Notlösung eigentlich. Also wenn wir einen richtigen Hörgenuss haben wollen, dann würden wir immer noch, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber dann würden wir immer noch uns in einen guten Raum setzen und gute Lautsprecher anmachen. Und das ist der bessere Hörgenuss wahrscheinlich. Vielleicht ist das für viele mittlerweile auch anders. Keine Ahnung, wie da die Gewohnheiten aktuell sind. Aber Kopfhörer haben schon erstmal diesen Unterschied der strikten Trennung zwischen links und rechts. Dann würde ich sagen, das ist so meine Erfahrung auch und habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, Effekte hört man tendenziell ein bisschen deutlicher mit Kopfhörern. Was wiederum bedeuten würde, dass wir die im Mix dann ein bisschen zu leise machen, wenn wir mit Kopfhörern mischen. Da kann man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Und auch Penning würde man wahrscheinlich anders einstellen, weil mit einem Kopfhörer ein ganzes, ganz krasses Penning zu machen, ganz nach links, ganz nach rechts, das klingt natürlich richtig scheiße auf einem Kopfhörer. Weil in der Luft hätten wir noch ein bisschen was davon auch im anderen Ohr und trauen uns dann auch mal ganz raus zu pennen. Und das machen wir in einem guten Mix die ganze Zeit, dass wir Sachen ganz nach links oder rechts pennen. Jetzt natürlich nicht mit jedem Signal, aber es gibt immer wieder Sachen, die wir ganz an den Rand machen wollen. Und früher analog, es gab sogar Mischpulte, die hatten keinen Pen-Regler. Die hatten nur einen Schalter, zwei Knöpfe, einen Linksknopf und einen Rechtsknopf. Und man konnte das Signal entweder auf den linken Lautsprecher schicken oder auf den rechten oder auf beide, wenn wir es in der Mitte haben wollten. Und so haben wir gemischt teilweise damals. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Es gab nur Mitte, links und rechts. Und das waren hervorragende Mixe trotzdem. Und das hat die Musik unterstützt, hat trotzdem funktioniert. Ich wäre jetzt nicht scharf drauf, dass wir dahin wieder zurückgehen. Ich mag das total, dass wir auch Sachen dazwischen platzieren können. Und das hilft total, Platz zu machen, auch wenn Arrangements so voll sind. Ich genieße das sehr, aber einfach mal, damit wir uns noch mal daran erinnern, wie es auch sein könnte. Einfach kein Panoramaknopf, die alten Mischpulte. Und die Musik und die Produktionen waren trotzdem geil. Wenn nicht geiler als heute. Stereoeffekte generell schwierig einzuschätzen, mit Kopfhörern. Also auch das ganze künstliche Zeug, was wir jetzt drauf machen. Ozone, Imager, Main Vocals machen wir ein bisschen Stereo. Wir machen die ganze Summe dann spätestens im Mastering ein bisschen breiter, als eigentlich die Lautsprecher stehen. Das wirkt ja noch breiter dann, die ganzen modernen Sounds. Schwierig einzuschätzen mit Kopfhörern. Auch Gewohnheitssache und das wird ein Fazit heute wird auf jeden Fall sein, das ist Gewohnheitssache. Aber erst mal schwierig. Für Leute wie mich, die seit 20 Jahren mit Lautsprechern mischen, erst mal sehr schwierig sogar. Phasenauslöschungen. Was auch immer das ist, wenn Signale sich ungünstig überlagern, wenn das jetzt ein Signal links ist und rechts ist eine phasengedrehte Version davon, würdet ihr mit Kopfhörern die Auslöschung gar nicht mitkriegen. Außer ihr drückt Mono. Das sollte man sich vielleicht dann angewöhnen, wenn man mit Kopfhörern mischt. In der Luft würden die sich auslöschen, zumindest teilweise. Mit Lautsprechern würden wir das mitkriegen, wenn wir es abspielen. Wenn wir es mit Kopfhörern abspielen, gibt es keine Überlagerung von links und rechts in der Luft. Also auch keine Auslöschung. Im Kopf passiert das nicht. Und auch, dass die Mitte im Kopf stattfindet, klingt auch ein bisschen komisch. Wenn wir mit Lautsprechern arbeiten, findet die Mitte vor uns statt. So zwischen den Lautsprechern sind meine Vocals dann. So auf einer Ebene halt mit allen Instrumenten, die so ganz vorne sind. Und mit Kopfhörern ist das im Kopf drin. Das finde ich auch ein bisschen komisch erst mal. Auch gewöhnungsbedürftig einfach. Und ich habe auch nicht so diesen Tiefenstaffelungseindruck, habe ich auch nicht ganz so, dass es wirklich nach hinten geht, sondern es ist schon irgendwie auch dreidimensional, aber es ist nicht so, wie ich sitze vor einer Bühne, weil die Lautsprecher sind so ein, zwei, drei Meter weg. Das heißt, die Band, wenn es jetzt ganz echt klingen soll, die Band sitzt so auch vor mir quasi und dann entsteht da so eine Tiefe und so ein 3D-Sound. Wenn das so gemischt wurde, wenn das gewünscht war, dass es einfach natürlich klingt und echt. Und mit Kopfhörern ist das alles so irgendwo im Kopf drin so ein bisschen. Kopfhörer haben oft viele Höhen, haben wir gerade schon gesagt. Und was passiert mit Lautsprechern, insbesondere wenn die ein bisschen wegstehen, ist, dass die Höhen sind das Erste, was Schallenergie verliert bei einer Schallwelle. Die hohen Frequenzen haben die geringste Schallenergie und durch die Luftreibung, die Moleküle, durch die die Schallwelle transportiert wird, die bewegen sich und da gibt es diese Luftreibung, dadurch, dass die Moleküle aneinander reiben und das baut Schallenergie ab. Das wird in Wärme umgewandelt. Unendlich wenig Wärme natürlich, also jetzt damit den Raum zu heizen wäre schwierig, aber das ist was passiert. Bewegungsenergie wird in Wärmeenergie umgewandelt und mein Schallsignal verliert ganz leicht Höhen. Je weiter wir von den Lautsprechern weggehen, wenn ihr auf ein Open Air Festival zulauft, wenn ihr 500 Meter noch weg seid, hört ihr als erstes die Bässe. Irgendwann kommen die Mitten dazu und wenn man dann so langsam vor die Bühne kommt, kriegt man auch die Höhen mit. Und das passiert halt bei den Kopfhörern auch nicht. Da könnte man jetzt als Kopfhörerhersteller sagen, okay, wir machen dann ein bisschen weniger Höhen in der Mixing-Kopfhörer, aber die Tendenz anscheinend geht ja genau in die andere Richtung, dass die auch eher ein bisschen mehr Höhen drauf machen. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied zu Lautsprechern, würde ich sagen. Dann, zwei Sachen habe ich noch, zwei Nachteile von Kopfhörern. Wir haben keinen Impact im Körper durch den Bass. Was wir jetzt mit kleinen Lautsprechern zwar noch nicht so richtig haben, dass richtig die Hosenbeine flattern, das könnten wir mit einem Subwoofer hinkriegen, aber wir haben schon auch Körperschall. Also ich habe es definitiv mit meinen Dreiweg-Lautsprechern, selbst wenn das jetzt nicht wirklich so ist wie bei einem Konzert, dass es richtig hier so in den Magen reingeht, aber es ist schon trotzdem so, dass die tiefen Frequenzen auch vom Körper aufgenommen werden. Die ganzen Vibrationen kommen ja auch in unsere Knochen rein, in unsere Organe rein und der Körper hört schon mit und kriegt schon auch mit, ob da Impact kommt von der Kick drum. Das haben wir mit Kopfhörern auch nicht, weil halt keine großen Treiber drin sind, weil es keinen Luftschall gibt. Und mein letzter Punkt von den Nachteilen ist, dass die Ohren schneller ermüden. Das haben auch viele gesagt, das finde ich auch, wenn man mit Kopfhörern arbeitet, muss man einfach ein bisschen mehr Pausen machen, ein bisschen früher eine Pause machen. Und am schwierigsten sind da die geschlossenen Kopfhörer, die halt auch richtig die Bässe in den Kopf rein trommeln. Also mit halboffenen oder offenen, die ja fürs Mixing empfohlen werden, ist das ein bisschen angenehmer. Wie sieht jetzt die Praxis aus? Also meine Praxis, Mixing mit Kopfhörern, beschränkt sich momentan fast komplett auf diesen Kopfhörer. Und der war auch der Grund, dass ich es überhaupt meiner Erwägung gezogen habe. Und viele von euch erinnern sich bestimmt noch, wie das damals kam. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Da habe ich auch ein Foto, da habe ich noch mal was rausgesucht hier, weil immer wieder im Chat hier die Fragen kamen zu diesen Kopfhörern, immer zu Biodynamik kamen immer die Fragen und wie viel Ohm, welche Version soll ich nehmen, wie viel Ohm und welchen überhaupt, wofür. Und dann, Biodynamik supportet uns ja auch hier auf dem Kanal. Also auch mal vielen Dank nochmal an der Stelle. Die haben jetzt ja auch den ganz Neuen hier für den Stream extra zugeschickt. Auch super Aktion. Also vielen Dank an Biodynamik. Und damals der Clemens hat dann die Aktion gemacht. Erinnert ihr euch vielleicht noch? Hier vor zwei Jahren ist das schon her. Das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sucht euch den ruhig nochmal aus. Das sind alles so vier, fünf Minuten Videos. Zuerst hier die Testkandidaten. Da haben wir den ganzen Karton damals bekommen von Biodynamik. Und zuerst hat Clemens den gehabt, seine Videos gemacht. Dann habe ich den bekommen und habe die auch mal alle durchgetestet. Dann gibt es hier ein Video zu den Impedanzen. Was heißt das eigentlich? Widerstand vom Kopfhörer. Was bedeutet das und welchen soll man nehmen? Weil die Frage ist so unendlich oft kam damals. Dann hat er hier alle mal verglichen, welchen Kopfhörer wofür. Und hier nochmal die zwei teuren verglichen, die es ja auch gibt. Die zwei Topmodelle, die dann weiß ich nicht so 500, 600 Euro glaube ich kosten. Und hier nochmal alle acht. So ein Resümee. Das waren damals die Videos von Clemens. Solltet ihr euch für Biodynamik speziell interessieren, es gibt ja auch andere gute Firmen, dann schaut euch die Videos einfach nochmal an vom Clemens. Ja und so kam das jetzt bei mir damals, weil ich bin dann wirklich erstaunlicherweise bei dem hängen geblieben. Ich hätte es nie gedacht, weil das ist der Halboffene, der 880er. Ich bin eigentlich immer ein Freund von ganz oder gar nicht. Also lieber geschlossen oder offen ist eher so meine meine Philosophie in den Dingen dieses Lebens. Dass ich mal so irgendwo in der Mitte mich ansiedle, ist wirklich selten. Also ich mache Sachen immer so viel ich kann oder ich mache sie gar nicht. Das ist manchmal gut und manchmal auch schlecht. Und da habe ich mich für die Mitte entschieden ausnahmsweise mal. Und der Grund ist ganz einfach, weil das waren die, die so ähnlich geklungen haben wie meine Abhörssituation. Das hat mich einfach vom Sound her an das erinnert, wie ich es mischen würde gerne. Das liegt glaube ich hauptsächlich am Frequenzgang. Weil bei den ganzen 990 und 1900, bei dem ging es, aber beim 990er, und der ist ja der verbreitetste von Biodynamik für Mixing, mit den Höhen konnte ich einfach nicht. Ich wusste genau, das ist zu weit weg von dem, was ich so als Referenz empfinde. So und vielleicht liegt das auch daran, an welche Lautsprecher ich mich gewöhnt hatte. Aber das wurde dann so ein bisschen meine Kopfhörer-Referenz. Und jetzt kam vor zwei Wochen dann dieser neue an und da war es wieder genau dasselbe, was jedes Mal ist. Und ich habe ein bisschen mitnotiert, die Stufen des Wahnsinns, die man durchlebt mit neuen Monitoren oder mit einem neuen Kopfhörer. Wenn man versucht, damit zu arbeiten, wenn ich jetzt nur Musik damit genießen möchte, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Das macht sofort Spaß. Aber wie gewöhnt man sich? Oder erst mal vielleicht mein Problem generell, das ich auch mit denen noch hatte, bevor dann jetzt der neue kam. Ich bin immer dann unsicher, wie viel Punch soll die Kickdrum haben? Das ist so ein Problem für mich mit Kopfhörern. Wie voll soll der Bass sein? Und manchmal ist es dann so, wenn ich dann zurückschalte auf die Lautsprecher, dann dröhnt der Bass, aber hat trotzdem keinen Druck. Und das ist genau das, was passiert, wenn man die Referenz nicht kennt. Dann funktioniert der Bass in dem Moment auf diesen Kopfhörern, so denke ich, okay, jetzt ist es wahrscheinlich geil, aber sobald man auf seine Referenz geht, passieren genau diese Sachen. Der Bass dröhnt und ist trotzdem drucklos. Und das heißt, Teile vom Bassbereich sind zu laut, andere Teile vom Bassbereich sind zu leise oder haben eine Auslöschung bekommen oder was auch immer. Unausgewogener Bassbereich, dasselbe Thema wie letzte Woche. Der Mix wird scheiße zu mastern sein und wird nicht gut klingen danach. Und der Limiter ist überfordert und klingt trotzdem nicht gut. Unausgewogener Mix. Und die Unsicherheiten sind vor allem im Bassbereich bei mir. Das hat mich total daran erinnert, als ich noch mit zwei Weglautsprechern gemischt habe und ohne gute Raumakustik. Genau dasselbe Gefühl. Unsicherheit. Ich muss fünfmal vergleichen. Ich muss ins Auto gehen damit. Ich muss draußen MP3-Player irgendwie auf dem Handy mit Kopfhörern. Ich muss es testen, testen. Vielleicht sogar anderen Leuten schicken. Ich fühle mich unsicher. Aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass ich mich daran gewöhnen könnte mit dem Halboffenen. Ich hatte gleichzeitig immer das Gefühl, okay, ich glaube, wenn ich jetzt zwei Monate lang nur damit mischen würde, ich glaube, ich würde es hinkriegen. Gleichzeitig hatte ich Angst, werde ich dann im Mixen mit meinen Monitoren wieder schlechter? Kann man gleichzeitig zwei Referenzen genauso gut haben wie eine, auf die man 100% seiner Aufmerksamkeit gibt? Da habe ich keine Antwort drauf bisher. Ich habe mich noch nicht getraut, den Move zu machen, mal wirklich ein, zwei Monate lang nur mit Kopfhörern zu mischen. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll überhaupt. Ich muss ja die Sachen rausschicken an meine Kunden danach. Oder ich mische einfach alles zweimal. Ich mische es zuerst mit Kopfhörern und schaue dann, wie geil ist es und mische es dann nochmal auf. Das wäre wahrscheinlich der Move, aber es ist ganz schön zeitaufwendig. Aber ich habe mehr und mehr Bock jetzt bekommen in der Vorbereitung auf den Stream, das wirklich mal zu wagen. Also die Tipps dann, wenn man unsicher ist, so wie ich, mit Kopfhörern sind natürlich genau die, die ich gerade genannt habe. Gegenhören auf mehreren Anlagen, das macht ja wahrscheinlich eh alle. Gegenhören auf verschiedenen Situationen. Auch mal leise mischen. Wichtig, mit Kopfhören genauso. Lautstärkeverhältnisse kann man leise am besten beurteilen. Das gilt für Monitore, das gilt für Lautsprecher. Zwischendrin mal leise hören. Generell nicht zu laut mischen. Kopfhörer fangen auch an zu komprimieren, wenn ihr zu laut auftret. Und dann klingt eh alles gleich laut irgendwann. Und eure Vocals sind 3 dB zu laut und ihr kriegt es nicht mit, weil ihr viel zu laut abhört. Kopfhörer komprimieren, das Gehör komprimiert. Dann runtergehen, leiser mischen, viele Pausen machen. Bevor ich jetzt, bevor ich dann die Erfahrungen mit einem neuen Kopfhörer schildere, habe ich noch ein Thema. Und zwar ist das die E-Mail vom Ralf. Vielen Dank an der Stelle, an den Ralf. Der Ralf mischt schon sehr lange mit Kopfhörern. Und der Grund ist, er hat ein mobiles Tonstudio mit netzstromunabhängigen Racks, hat er mir geschrieben. Ich habe seine E-Mail offen, will ein paar Stellen vorlesen. Und er hat es nie geschafft, in seinem mobilen Tonstudio den Raum gut klingend zu machen. Und hat da zwar Monitore drin sogar, dreiweg, mit großen Bässe, gleich groß wie bei mir, 8-Zoll-Bässe, aber nutzt die nur zum Kontrollieren. Und auch in leiser Lautstärke sagt er und hat verschiedene andere Abhörsituationen noch vorher vergleicht und macht aber die eigentliche Arbeit mit Kopfhörern. Und er beschreibt das so, der richtige Kopfhörer ist für ihn auch ein halboffener oder ein offener Kopfhörer, der über Stunden bequem sitzt, der die Ohren nicht zum Schwitzen bringt, der einen angenehm ausgeglichenen Frequenzgang besitzt, der sehr fein auflöst und weder in den Bässen verschmiert noch in den Höhen zu sehr betont. In den Bässen verschmieren ist das Impulsverhalten, ob ein Lautsprecher schnell einschalten und schnell ausschalten kann, ob der so einen ganz kurzen Impuls akkurat übertragen kann, einfach schnell genug reagieren kann, wie mit Lautsprechern auch. Dann ist das eine feine Auflösung und ein gutes Impulsverhalten, sagen wir dazu. Und er sagt dann, er hat sich einiges ausgeliehen damals und ausprobiert, ausgiebig ausprobiert. Und er hat sich jetzt für AKG entschieden. AKG K712 Pro, den kenne ich jetzt gar nicht, aber ich gebe euch den Tipp auch mal in den Chat rein. Und selbst wenn ich jetzt Biodynamik empfehle und der Ralf euch AKG empfiehlt, es gibt immer viele, es gibt immer Alternativen und ihr werdet nicht drumherum kommen, euren eigenen Geschmack zu finden. Biodynamik kennen die meisten von euch ja eh schon. Das scheint ja auch den meisten zu gefallen. Das ist, glaube ich, am etabliertesten, soweit ich weiß. Zumindest im Chat die Fragen sind da immer, immer zu Biodynamik gewesen. Der Ralf empfiehlt euch jetzt AKG. Meine Tipps kommen nachher noch. Er hat noch was Interessantes geschrieben. Was musste ich lernen? Nämlich, da schreibt er, ich musste lernen, das Klangbild meines Kopfhörers richtig zu deuten. Das war eine Eingewöhnungsphase, die über Monate anhielt. Wie bei mir auch. Am Anfang habe ich mehrere Referenzsongs, mehr Referenzsongs, als meine eigenen Mischungen gehört. Genau so wird das eine Referenz. Zuerst viel Zeit mit Hören verbringen, das sage ich jetzt dazu. Und dann irgendwann kann man erst anfangen zu mischen. Zurück zum Ralf. Ich musste lernen, wie die Treiber des Kopfhörers auf all die verschiedenen Anforderungen reagieren. Was kam noch zur Ergänzung dazu? Ein spezielles EQ-Plugin im Monitorausgang der DAW, das den Frequenzgang meines Modells nachkorrigiert. Also das heißt, Frequenzgang von diesem Kopfhörermodell wird angeglichen, zeige ich euch nachher. So ein Tool habe ich auch hier. Und dann noch ganz wichtig, ein Tool, das das Übersprechen von rechts nach links und von links nach rechts simuliert, um der Abhörsituation mit Boxen etwas entgegenzukommen. Das Crossfeed-Plugin. Auch da habe ich nachher eins, das ich euch zeigen kann. Der Ralf hat sich für ein anderes entschieden und auch den Tipp gebe ich euch. Der hat von Goodherz, kenne ich noch gar nicht, CanOpener. Das ist das Plugin vom Ralf. Ja und vielen Dank nochmal für die tolle E-Mail. Also war es spannend, das auch mal von jemandem zu hören, der das wirklich sehr intensiv und seit langer Zeit und auch wirklich komplett mit Kopfhörern hauptsächlich mischt. Und vielleicht habt ihr noch andere Erfahrungen, schreibt sie gerne in den Chat rein, auch wenn ich jetzt gerade nur so am Rande ein bisschen mitlese. Nachher werde ich mit Vollgas nochmal mir den Chat angucken. Da können wir dann auch gerne nochmal Tipps von euch vorlesen. Ich will jetzt nochmal meine Phase schildern, wie man sich einen neuen Kopfhörer aussucht und wie man dann anfängt, damit zu arbeiten. Wenn ihr euch jetzt einen aussuchen wollt, der beste Kopfhörer, um zu mischen, ist der, den ihr kennt. Der ist immer besser als ein neuer, egal wie teuer. Das ist genau dasselbe wie mit Monitoren, wo ich vorhin gesagt habe, wenn man neue Monitore sich holt, wird man trotzdem noch zwei Monate lang besser mischen auf den alten. Genauso mit Kopfhörern. Wenn ihr einen alten Scheiß-Kopfhörer habt, den ihr richtig gut kennt, wird das noch ein Weilchen eure Referenz bleiben. Und wenn ihr jetzt neu anfangt, das darf man nicht unterschätzen. Das ist mehr eine Zeitinvestition als eine Geldinvestition. Überlegt euch gut, was ihr nehmt. Lasst euch verschiedene kommen. Vergleicht mal welche. Leitet euch welche aus. Versucht mal einen Mix zu machen. Hört es da auch mal tagelang, ein paar Wochen lang, die nutzen einfach. Viel Musik hören. Mal probieren, einen Rough-Mix zu machen. Dass sie gut klingen, heißt nicht, dass man gut mischen kann. Da muss man einfach, muss man die Zeit investieren. Das geht einfach nicht anders. Ist auch Geschmackssache. Ich würde sagen, dasselbe, was für Lautsprecher gilt. Kein HiFi-Equipment, keine Sony-Lautsprecher oder irgendwelche sonstigen HiFi-Produkte. Weil HiFi hat eine ganz andere Aufgabe. Die sollen gut klingen. Die sollen Fehler überdecken. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Tontechnik-Equipment machen soll. Mixing-Kopfhörer, genauso wie Monitore, sollen uns die Wahrheit zeigen. So neutral wie möglich, damit wir wissen, was Sache ist. Und damit wir jeden Fehler hören. Und das soll nicht künstlich gut klingen. HiFi funktioniert so gut wie möglich zu klingen. Bässe betonen, Höhen betonen. Vielleicht sogar mal absichtlich nicht. So ein hundertprozentiges Impulsverhalten, damit man auch nicht jeden Fehler gleich hört. Meine Lieblingssongs aus den 90ern kann ich teilweise nicht anhören auf meinen Studiomonitoren, weil die Produktion auf einmal so scheiße klingt. Ich kann es einfach nicht. Da ist das genau richtig, um die Musik zu genießen. Wenig Höhen. Ich kann schön aufdrehen, kann man da ein richtiges Brett reinfahren und höre nicht jetzt jeden Fehler in der Produktion. Sondern das klingt einfach so, wie ich es von damals kenne. So richtig schön schmutzig. Aber zum Arbeiten ist halt eine andere Aufgabe. Das ist einfach genau das Gegenteil. Das eine soll so gut wie möglich klingen, das andere so echt wie möglich. Ich habe mir dann damals den ausgesucht und jetzt den neuen bekommen vor zwei Wochen. Was ist mir passiert? Mein erster Eindruck, als ich mit dem Musik gehört habe, war wie immer, das klingt komisch und der ist ungemütlich. So und beides ist nur eine Gewohnheitssache. Aber das ist so die ersten fünf Sekunden, der allererste Eindruck. Das ist ein komischer Sound und der ist ungemütlich. Vielleicht bin ich auch einfach ein negativer Typ. Das kann ja auch sein. Ich mag keine Veränderungen. Gerade im Soundbereich sowieso nicht. Dann nach zehn Sekunden dachte ich, oh, aber der Bassbereich ist ganz gut. Und nach 15 Sekunden dachte ich, die Definition ist krass. Also wie klar das alles klingt im Vergleich zu dem 880er. Ist ja auch beides Biodynamisch. Darf jetzt den einen gegen den anderen ausspielen. Ohne ein schlechtes Gewissen. Und dann dachte ich wieder, aber der ist so ungemütlich. Also der hier, der ist halt so richtig, der ist leicht und hat so riesen Polster da und ist richtig schön. Und ich habe den auch so aufgehängt. Der wird immer ein bisschen gedehnt bei mir. Der steht bei mir so auf diesem Glasstativ. Steht der immer so, wird immer ein bisschen vorgedehnt. Vielleicht drückt der deshalb auch nicht mehr so. Der hier ist ein bisschen schwerer. Ein bisschen kleiner hier. Und irgendwie fand ich den dann erst mal ein bisschen, ja weiß nicht, ungewohnter einfach. So, und das war alles, in den ersten 20 Minuten war so ein Auf und Ab. Unglaublich, ne? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selbst mal Sachen verglichen habt oder was Neues gekauft habt. Und wir sind noch lange, wir sind noch weit weg davon, ob man damit mischen kann. Dann habe ich weiter verglichen, weiter gehört, beide halt angehabt, immer getauscht und auch mal mit Monitoren verglichen. Und dann ist mir aufgefallen, dass gute Mixe auf dem Neuen richtig gut klingen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen auch. Dass in den guten Mixes nochmal auch Sachen rauskommen, Kleinigkeiten rauskommen, die ich auf dem 880er jetzt nicht so präsent hatte. So ähnlich wie damals mein Upgrade von den Lautsprechern. Von Neumann auf ATC. von 1.500 Euro auf 9.000 Euro. Klar, Riesen-Upgrade. Und da sind ganz neue Details nochmal. Selbst bei meinen Referenz-Songs. Das war das Verrückteste. Songs, wo ich seit 20 Jahren dachte, den kenne ich in- und auswendig. Ist mir damals auf den neuen Monitoren ein Flüstern im Intro aufgefallen, von dem ich bisher nicht wusste, dass es existiert. Verrückt sowas. Und so ein ähnliches Feeling hatte ich mit dem 990er jetzt wieder. Also, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Am zweiten Tag war ich mir relativ sicher, das sind erstmal bessere Kopfhörer. Ich weiß immer noch nicht, ob ich besser mischen kann damit, aber das sind bessere Kopfhörer. Die zeigen die Räumlichkeit besser. Die haben eine bessere Definition. Also, wir sprechen jetzt vom Vergleich von den halboffenen 880ern zu den neuen offenen, die 900 pro. Die beiden vergleichen wir. Die sind auch preislich nicht so unterschiedlich. Können wir uns gleich noch angucken. Dann dachte ich, die 900er haben vielleicht wieder einen Tick zu viel Höhen. Vielleicht wieder so das Biodynamic-Ding. Viele Höhen. Aber in dem Fall war es so, dass ich dachte, ich kann mich dran gewöhnen. Also nicht so wie früher bei den alten offenen, wo es für mich persönlich direkt zu viel war. Auch nicht so, dass ich dachte, ich kann mich dran gewöhnen. Sondern hier war es so ein bisschen höhenüberbetont. Aber ich dachte, ich kann mich dran gewöhnen. Momentan, wenn ich jetzt mit Kopfhörern mischen müsste, würde ich natürlich noch die 880er nehmen. oder wenn ich zu einem Mix was sagen soll, Mixing-Feedback mit irgendwelchen Sachen, dann würde ich immer noch natürlich die 880er nehmen, weil ich die kenne, weil die eine Referenz darstellen mittlerweile für mich. So auf dem Weg zumindest eine Referenz zu werden. Ja, so viel Gewohnheit. Also der Move wäre jetzt, und das ist glaube ich, was ich mache. Ich glaube, dass die 900, die ersetzen werden bei mir, die 880er. Ich bin übrigens, falls Bayer-Dynamik hier zuschaut. Vielen Dank für den ganzen Support auf dem Kanal hier, und ich finde die Tendenz super, wo das Ganze hingeht. Also wirklich, ich bin Bayer-Dynamik-Fan jetzt geworden. Das ist genau die Richtung, dass nicht mehr ganz so viele Höhen und die Definition noch klarer wird. Also ganz happy bin ich mit dem. Bin froh, dass ich den jetzt habe, und wahrscheinlich wird der meine neue Referenz. Kann ich ja auch mal sagen, wenn ich was gut finde. Ich lästere ja oft genug über Sachen. Und falls ihr zu Bayer-Dynamik tendiert und falls ihr einen ähnlichen Hörgeschmack habt wie ich, das sind jetzt die, die ich in Erwägung gezogen habe. Also die ersten beiden sind die, die ich jetzt hier habe, die ich euch gerade gezeigt habe. Da liegen 45 Euro dazwischen. Wenn das ein Mixing-Kopfhörer sein soll, ist das ja eine Investition für Jahre hoffentlich, weil sich eine Referenz aufzubauen, kostet euch Monate, haben wir gesagt. Das ist wahrscheinlich am Ende mehr wert als jetzt 45 Euro Preisunterschied. Also die ruhig beide dann mal kommen lassen und oder vielleicht auch noch was anderes dazu und auch vielleicht was nicht von Bayer-Dynamik. Lasst euch mal 5, 6 schicken von Thomann. Könnt 30 Tage testen und den Rest zurückschicken. Und den hier hatte ich halt damals noch getestet, als wir den großen Karton gekriegt haben, den auch Clemens hatte. 490 Euro, der war natürlich auch geil. Wäre auch krass, wenn nicht bei dem Preis. Aber ich glaube nicht, dass man das Geld ausgeben muss. Also ich persönlich und ich habe ja glaube ich ganz hohe Ansprüche, ich wäre mit einem von den oberen beiden absolut happy. Was gibt es an Tools? Vorletzter Punkt hier auf meiner Liste. Analyzer, Crossfeed und Raumsimulation. Drei Tools, wo ich sagen würde, die können uns helfen. Wenn wir uns hier mal den Introbeat anschauen, den ich jetzt gerade eh offen habe, weil damit der Stream los ging. Ich habe hier einen Analyzer. Das ist das True Balance von Sonnable. So und dazu müssen wir jetzt gar nicht hören. Wir machen die Summe mal hier auf Null, sondern da gucken wir jetzt. Das ist ja das Schöne in einem Analyzer. Sowas in der Art kennt ihr ja bestimmt auch. Da sehen wir dann den Frequenzgang und können uns auch vergleichen. Wir können hier auch grafische Referenzen machen und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten. Wir können entweder hier vergleichen mit einer Musikrichtung, wo das Plugin einfach ganz viele Songs kennt aus der Musikrichtung und wir können dann in verschiedenen Frequenzbereichen, die können wir ja auch noch ein bisschen feintunen, wenn wir das wollen, können wir dann sehen, okay, wie liege ich im Vergleich zu dieser ganzen großen Masse von professionellen Songs in Spotify in dieser Musikrichtung. Hip-Hop zum Beispiel oder EDM. Also ich habe letztens einen Song gemastert, habe das mal hier drauf gemacht und habe dann auch EDM eingestellt, Electronic Music hier und habe dann hier, wenn man auf Balance Check drückt, kriegt man hier sogar Vorschläge, was man machen könnte. Ich könnte den Level der Bässe um 3 dB reduzieren. Ja, ich könnte natürlich, ich könnte auch hier generell natürlich mit meinem Mix ein bisschen runtergehen. So, und da kriegt man Vorschläge. Man kriegt ein grünes Häkchen, wenn man dem ganzen Durchschnitt entspricht. Da müsste ich jetzt mit dem Beat wahrscheinlich wieder auf Hip-Hop gehen eher. So, er meint trotzdem noch, wir könnten die Bässe um 2 dB rausnehmen oder um 1 dB jetzt. Wenn man den ganzen Song durchlaufen lässt, seht ihr wie jetzt. Irgendwann kriegt er einen Plan, wie der ganze Song aussieht und jetzt kriegen wir hier ein grünes Häkchen, jetzt hier schon wieder nicht mehr. Sind auch keine Vocals drauf, aber ihr seht die Idee. Und als ich den EDM-Song gemastert habe, hat er auch vorgeschlagen, ich könnte im Bassbereich mal 3 dB rausnehmen. Aber fand ich trotzdem geil. Habe es trotzdem so rausgeschickt. Mein Kunde fand es auch geil. Also, man muss jetzt da nicht sich auf die Zahl genau an diese Plug-Ins halten. Aber wenn ich jetzt gar keine Abhörsituation hätte gerade oder unterwegs bin oder auch den Kopfhörer nicht kenne, hilft mir das zumindest, und das kann auch am Anfang viel wert sein für euch, hilft euch das zumindest ungefähr mal eine Richtung zu kriegen. Gerade im Bassbereich. So, und die zweite Möglichkeit zu vergleichen ist hier mit Referenz-Tracks. Ihr könnt euch hier Tracks reinladen, Load Reference-Track und dann ladet ihr euch hier irgendwelche Sachen rein und dann könnt ihr hier umschalten zwischen den Referenz-Tracks und kriegt dann genau dieselbe Info. Wie schneidet ihr jetzt im Vergleich ab zu dem Song von Drake, zu dem Song von Beyoncé, zu dem Song von was auch immer ihr da reinladet. Also, man kann hier direkt einfach umschalten. Referenz oder man vergleicht mit allen Songs, die das Plug-in kennt. Also, die große Welt der professionellen Musik. Ja, Mono-Check gibt es auch noch. Da kriegt man ein Statement dann, wenn man hier drauf drückt, kriegt man auch hier hingeschrieben mit auch zwei grünen Häkchen. Ob der Bassbereich unten, ob man da mal einen Blick drauf werfen sollte und Overall Correlation, ob es zwischen links und rechts Phasenbeziehungen gibt, die was auslöschen würden, wenn man Mono abhört. Kann man also so die wichtigsten Checks einfach machen. Hier unten, und das finde ich sehr gelungen übrigens bei den Sonable Plug-ins, immer diese Gratwanderung zwischen was ist für Einsteiger wichtig, aber was würden auch Profis gerne sehen. Dass man halt auch noch ein paar Infos kriegt, die man jetzt als Einsteiger einfach ignorieren kann oder ein paar Einstellmöglichkeiten, die man als Einsteiger natürlich ignoriert, aber die dann für Leute interessant sind, die vielleicht schon ein bisschen mehr gemacht haben. Also, das wäre der erste Tipp in Richtung Tools. Sich mit den modernen Analyzern, so würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Da könnte man sich mal damit befassen, dass man auch eine optische Unterstützung nochmal kriegt, wo ich generell jetzt ja nicht so der Riesenfan bin, aber zusätzlich zum Hören auch mal zu gucken, das finde ich gut. Also, die letzte Kontrolle machen immer die Ohren und ich habe, als ich das Plugin gelernt habe und das denke ich, würde ich euch auch als Tipp nochmal zeigen wollen, zumindest wenn ihr Englisch gut könnt, fand ich hier die Help-Seite von den Sachen, ist jetzt der Limiter in dem Fall, weil die Sonnable Plugins haben teils so abgefahrene Funktionen, dass ich da auch nachgucken musste, wie das eigentlich funktioniert und war hier sehr erfreut über die Help-Seite von Sonnable. Da kann man richtig was lernen, wenn ihr Englisch könnt. Hier zum Beispiel, Difference between Short-Term Loudness Value and Maximum True Peak Value. Solche Sachen, ist jetzt nur ein kleines Beispiel für ganz viele Sachen, wo auch wirklich gute Fragen gestellt werden, das Smart Limit Use Oversampling und so weiter. Also, wenn ihr des Englischen mächtig seid, geht ruhig mal in diese Hilfeseite rein von Sonnable. Muss man ja nicht mal das Plugin dazu haben oder ladet euch mal die Demo-Version unter, wenn es euch interessiert. Aber da habe ich auch ein paar Sachen nochmal gelernt oder nochmal refreshed, weil mit diesen ganzen Details, das vergisst man auch so schnell wieder, wenn man das nicht jeden Tag benutzt. Fand ich schön. So, wie die Tutorials früher immer von Isotope zum Beispiel, wo der Dan Worrell, kennt ihr vielleicht auch von YouTube, der hat mittlerweile einen eigenen Kanal, davor hat der ganz viel für Isotope gemacht, wo ich auch dachte, ist doch geil, wenn Plugin-Hersteller auch uns einfach so gutes Material geben, um Sachen zu lernen und zu verstehen. Das dachte ich jetzt bei Sonnable gerade auch wieder. Dann, ich habe das von Acoustica, jetzt wurde vorhin schon Slate genannt, dann von Waves wurde schon eins genannt, Sonarworks, sehe ich gerade im Chat, gibt es natürlich auch, Sonarworks macht zumindest auch den Teil hier, wo man einen Kopfhörer auswählen kann. So, ich habe jetzt hier den 900, ach, den gibt es noch gar nicht, siehst du, den müssen die noch einbauen, der ist noch zu neu, dann nehmen wir den 880 Pro, den halboffenen, wo man seinen Kopfhörer anwählt und dann wird erstmal der Frequenzgang ausgeglichen. Und das habe ich damals mit Sonarworks, habe ich ja auch ziemlich lange drauf gehabt, habe ich das mit dem hier mal gemacht, mit meinem billigen 40 Euro Costing. Das war tatsächlich dabei bei Sonarworks. Gucken, ob das hier auch dabei ist. Kost, tatsächlich, der ist wirklich dabei, Porta Pro. Ja, das ist der, das gute alte Stück. Ich habe 5 davon auf Vorrat, ich bin so paranoid, dass der irgendwann nicht mehr erhältlich ist, weil der eigentlich so schlecht ist, habe ich 5 auf Vorrat immer bei mir rumliegen, weil der auch schnell kaputt geht natürlich, im Rucksack bei mir, überall, der wird auch hart misshandelt. Das wäre hier die Aufgabe, dass man seinen Kopfhörer einstellt und dann wird der erstmal flat gemacht, wird der Frequenzgang ausgeglichen. Das kann man mögen, vielleicht mag man es auch nicht. Da muss man auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist ja auch, also gerade der Frequenzgang vom Kopfhörer, macht ihn ja auch zur Referenz. Wenn man den jetzt seit 10 Jahren kennt und auf einmal wird der ausgeglichen, klingt erstmal komisch. Aber ich muss sagen, bei dem Koss war das eine richtig krasse Verbesserung. Auf einmal waren die Mitten viel neutraler und die Höhen waren da. Und so zum normalen Musikhören dachte ich, okay, geil, schade, dass ich es nicht auf dem Handy habe. Schade, dass ich kein SonaWorks auf dem Handy habe. Vielleicht gibt es das mittlerweile, keine Ahnung. Das ist die eine Aufgabe von dem Plugin und viele Plugins bieten auch das Einzelne an oder nur das. Ich habe ja auch das Reference hier von Acoustica, würde jetzt nur diese Funktion anbieten, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich habe mir die Sachen gestern extra noch mal installiert, um das zu zeigen. Das ist genau, hier könnte ich dann eben nur den Kopfhörer auswählen. Aber die Version hier, die macht das und simuliert einen Mixingraum. Also sowohl dieses Übersprechen zwischen links und rechts, dieses Crossover vom linken und rechten Signal, aber auch eine Raumakustik von einem guten Mixingraum, weil wir ja mit Kopfhörern gar keine Raumakustik, also keine Raumreflexionen haben, sondern komplett trockene Mixingsituationen. Klingt ja auch unnatürlich. Wir bauen ja gute Mixingräume, auch nicht so, dass die gar keine Nachhaltzeit haben, sondern wir bauen gute Mixingräume so, dass die eine kontrollierte Nachhaltzeit haben. So 0,2, 0,3 Sekunden vielleicht und kontrolliert. So würde ja ein guter Mixingraum zum Beispiel aussehen. Und das macht dieses Plugin oder die ganzen anderen Plugins, die ihr jetzt schon genannt habt. Da sucht man sich dann aus, Spitfire Mixing Studio zum Beispiel, mit den Boxen und dann muss man halt hier sagen, wie stark soll das jetzt sein und kann dann halt so ein paar Sachen noch hier auch Guru, wer dann mit ein paar genaueren Feineinstellungen noch die größere Version von dem Plugin hat. So weit bin ich jetzt da überhaupt nicht reingegangen. Aber ich habe mir das mal angehört und es ist schon als erstes Mal, man ist komplett überfordert erst mal mit diesen ganzen Möglichkeiten. Soll ich jetzt meinen Kopfhörer flat machen oder soll ich den so lassen, wie der Kopfhörer klingt? Und dann soll ich, welchen Raum soll ich überhaupt verwenden? Und wie stark soll ich jetzt den Raum reinnehmen? Wie stark soll ich das Übersprechen einstellen zwischen links und rechts? Komplette Überforderung. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Idee gut. Und Kollegen von mir, die ich sehr ernst nehme, sagen auch, sie finden die Idee gut. Ich muss, ich persönlich muss noch mehr damit machen, bevor ich wirklich was dazu sagen kann. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal zeigen, dass es das gibt und was es da gibt und ja, was die Plugins vielleicht für eine Hilfe sein können für uns. Am Ende muss man einfach das ja auch nicht sofort entscheiden, wie man jetzt das einstellt, sondern man macht einen Mix damit und dann macht man noch einen Mix damit und dann stellt man mal ein paar Einstellungen um, verwendet vielleicht mal einen anderen Mixing-Raum. Das ist wie immer. Das ist wie mit Mikrofonen. Man muss damit arbeiten, um es kennenzulernen und irgendwann hat man die Erfahrung und genau das ist ja Erfahrung und genau das spart ja auch Zeit und macht unsere Mixe immer noch besser. Das ist ja Erfahrung und nichts anderes. Einfach, dass man viel ausprobiert hat und sich daran gearbeitet hat, wie man selbst gut arbeiten kann. Das wäre eine Investition, sowohl mit Kopfhörernmixen selbst erst mal, aber auch dann mit den Tools und die Tools so einzusetzen, dass man selbst gut damit arbeiten kann und wahrscheinlich erst mal, welches Tool man verwendet. Und da könnt ihr jetzt gerne auch noch mal in den Chat reinschreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und ob ihr gute oder schlechte Erfahrungen habt mit diesen Tools. Und die Fragen im Chat machen wir gleich. Mein Fazit zu dem Thema, wenn ich jetzt neu anfangen würde zu mischen, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre und Tontechnik in der SAE studieren würde und jetzt anfangen würde mit dem ganzen Zeug, ich würde definitiv einen großen Fokus drauflegen mit Kopfhörermixen. Nicht nur, aber viel größer, als ich es gemacht habe. Weil ich merke jetzt, der Umstieg ist richtig aufwendig, ist wie neue Monitore und einen neuen Raum zu haben. Aber unterwegs mischen zu können, wäre schon noch so ein Traum von mir. Und als ich angefangen habe, stand es einfach nicht zur Debatte, unterwegs zu mischen, weil wir Mischpulte und Tonbandmaschine gebraucht haben. Und diese Idee, unterwegs zu mischen, ich kenne das vielleicht erst seit 10 Jahren oder sowas. Und da war für mich schon so festgefahren, wie Mixing funktioniert. Aber heute haben wir einfach auch eine andere Zielgruppe als damals. Das ist ja auch noch mal eine Betrachtung. Damals war es halt auch so, dass die Konsumenten alle eine Hi-Fi-Anlage hatten und zwei gute Lautsprecher zu Hause oder irgendwelche zwei Lautsprecher zu Hause. Es gab keine Bluetooth-Boxen, es gab das ganze Moderne, es gab keine Handys, die Musik abgespielt haben. Also man hatte zu Hause Hi-Fi-Lautsprecher stehen oder man hatte einen Kopfhörer. Das waren die zwei Möglichkeiten und da haben wir heutzutage eine ganz andere Zielgruppe, ganz andere Hörgewohnheiten, auch je nach Musikrichtung und die richtig guten Mixing-Ingeniers, die spezialisieren sich doch irgendwann sogar auf eine Musikrichtung. Fast alle und das ist bestimmt auch gut so. Und ich sage jetzt aber auch nicht, dass ein Mix, den wir mit Kopfhörern machen, für Konsumenten, die mit Kopfhörern hören, automatisch besser klingt. Überhaupt nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Aufgabe beim Mixing ist ja einen neutralen Mix erst mal zu machen, den man so mastern kann, dass der überall gut funktioniert. Das mit Kopfhörern zu schaffen ist vielleicht eine größere Kunst, als das mit Boxen zu schaffen. Aber parallel dazu denke ich trotzdem, dass wir auch immer am Puls der Zeit bleiben müssen, wie unsere Zielgruppe die Sachen abhört. Und zumindest auch, wenn wir mit Lautsprechern mischen, so wie ich, dass wir es auch mal auf einer Bluetooth-Box checken, auch mal auf was Billigem checken, auch mal mit Kopfhörern checken, auch mal auf einem Handy checken, so in die Richtung. Und es schadet bestimmt nicht, wenn man auch beides kann, wenn man mit Lautsprechern vertraut ist zu mischen und mit Kopfhörern. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dann nicht eins davon schlechter wird, aber vielleicht wage ich ja den Move und mache mal ein paar Mixe mit Kopfhörern und erzähle euch in einem halben Jahr, ob sich mein Mixing mit Lautsprechern dadurch verbessert hat. Wäre ich auch neugierig. Ja, also ich denke schon, man sollte sich damit befassen, auch wenn man ein gutes Mixing-Studio hat. Und ich glaube, ich werde es mehr tun, als ich es bisher getan habe. Das war mein Thema für heute. Das war mein Thema für heute. Das war mein Thema für heute.